Bis die Wurz in die Wolken. Auf. Ja, ich hatte euch vorher vorhin gesagt, dass die Schwerenbörse nur... Hier darf er dann in den Stollenbotes, aber ich habe sie geflunkert. Bis die Wurz in die Wolken. Und zwar, er hat sich verstärkt. Ähm, hallo? Ja. Ihr könnt ihn nicht angreifen so wie vorhin, sonst auch so einfach. Ja. 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 So wichtig wurde, wie ihr seht, er hat das erste Mal den Peer nur noch angreifen mit der Vollaufgabe und zweitens mal natürlich diesen Monster hier und drittens mal wie ihr könnt ihr schon sehen, mehr Dornen, oh, ich kann dir diese Runde nicht angreifen. Autsch, die Monster haben mich abgehalten. Was, ich wollte die angreifen? Dann halt nicht. Also gut, wie ihr seht, müssen wir uns zuerst ein bisschen Maschinen hier kümmern. Ja, wie ihr seht, ihr macht euch schwerer. Aber das ändert mich nicht, dass ich dich kotze im Kille. Tut mir leid. So, nächste Welt, Oranges, Weitland. Was, Weitland? Weitland? Ich halb. Weitland. Brrr. Ich krieg zum Recher. Na, bitte. Ach nein. Kannst du auch ruhig noch das? Nein. Nein! Was ist das? Oh ja, hallo, das ist gemein! Ach, was beschwere ich mich. Was? Wenn das selber ansticht... Oh! Du nervst mit deiner kleinen Ausgeburt! Na, Spaß beiseite! Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Nein! Oh, rutsch mit dem Buckel runter, du mischt dich! Sorry Gegner, an dir musst du keinen umholen und auslassen! Nein! Nein! Oh, ich habe zum Glück bekommen! Okay, ich hatte vorhin nicht alle Truhen, habe selber bekommen. Jetzt habe ich hier nicht alle Truhen und bekomme Gold. Ähm... Okay... Oh, meine Ding! Oh, die blöde Gondel! Oh, die blöde Gondel! Ich habe hier nicht alle Püren! Oh, die blöde Gondel! Oh, die blöde Gondel! Ich habe hier nicht alle Püren! Oh, das ist schon mal! Ja, ich könnte sagen, ich könnte jetzt auch so voll hoch gehen. Das werde ich jetzt ganz selbst nicht tun. Das nervt. Ja, du mich auch. Ja, ähm, hallo? So? Soll ich irgendwelche verarschen bei der Steuerung? Oh Mann! Das war gerade echt ein Witz. Ja, nee, ist klar. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. 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 Das war's.